Die neue Regionalmarke Alpgemacht geht ab sofort an den Start. Die Produkte aus dem Biosphärengebiet sollen dabei nicht nur für Qualität und Regionalität stehen, sondern auch für Nachhaltigkeit. Anhand kontrollierter Kriterien schützen die Landwirte unmittelbar Streuobstwiesen und Wacholderheiden und sorgen für mehr blühende Wiesen und artenreiche Äcker. Ab sofort sind die Alpgemacht-Produkte Milch, Dinkelmehle, Maultaschen, Lammsalami und Schinken, Apfelsaft sowie Weine von zwei Weingärtnergenossenschaften in zunächst acht Lebensmittelmärkten in Dettingen-Unterteck, Reutlingen, Lichtenstein, Münsingen, Metzingen, Mössingen und Ehingen erhältlich.